In ganz Deutschland starten wir mit euch in die Camping-Saison. Und einen Saisonstart finde ich besonders toll, denn hier in Baunatal startet gleichzeitig eine neue Berger 4-Halle. Auf dem Gelände von Kuno Caravaning findet ihr ab jetzt unser Zubehör und deren Fahrzeuge. Ich gehe jetzt mal zu Marco und lasse mir zeigen, was die hier alles Tolles vorbereitet haben. Hi Marco, du bist der Geschäftsführer von Kuno Caravaning. Was habt ihr denn hier alles Tolles vorbereitet? Ja, wir haben für unsere Kunden in der Ausstellungshalle die Neuheiten, genauso wie im Außenbereich stehen die neuen Reisemobile und Wohnwagen. Und darüber hinaus haben wir für unsere Kunden Essensstände aufgebaut, wo es Bratwurst gibt, Steak, Crepe, Getränke selbstverständlich auch. Und ab morgen als Highlight für klein und groß haben wir eine E-Card-Bahn aufgebaut und noch dazu ein DTM Racing Car. Und falls das DTM Racing Car hier kaputt geht bei Kuno Caravaning, wird sogar euer Fahrzeug repariert. Also eigentlich keine DTM-Fahrzeuge, aber Wohnmobile, oder? Ja, also hauptsächlich natürlich Wohnmobile und Wohnwagen reparieren wir, aber wenn es hart auf hart kommt, nehmen wir auch das DTM-Auto und reparieren das auch. Also ihr seht, ab jetzt im Baunatal Fahrzeuge und Zubehör, alles an einem Punkt und bis Sonntag seid ihr noch hier. Genau. Genau.